Buonasera ragazzi, come state? Heute beschäftigen wir uns mit der Zeitenfolge, la concordanza dei modi e dei tempi. Ganz wichtig, als Vorbereitung auf dieses Kapitel sollt ihr folgende Zeitformen noch einmal wiederholen, und zwar il presente, il passato prossimo, l'imperfetto, il tra passato prossimo, il futuro semplice, il conditionale semplice, il conditionale composto, congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto und congiuntivo tra passato. Diese Zeitformen kommen nämlich bei der Zeitenfolge zum Einsatz. Die einzige Zeitform, die ihr euch eigentlich wirklich sparen könnt, ist das futuro anteriore, das brauchen wir nicht. Was genau ist aber jetzt die Zeitenfolge? Die Zeitenfolge bezeichnet das zeitliche Verhältnis von Handlungen. Ich zeige euch zuerst ein deutsches Beispiel. Ich weiß, dass Mario morgen nach Hause gekommen ist. Euch wird auffallen, dass in diesem Satz irgendetwas nicht stimmt. Zum Beispiel einerseits, dass morgen ist hier irgendwie komisch. Das könnten wir ausbessern, indem wir sagen, ich weiß, dass Mario gestern nach Hause gekommen ist. Oder wir könnten auch sagen, dass gekommen ist. Ist auch komisch. Es müsste eigentlich heißen, ich weiß, dass Mario morgen nach Hause kommen wird. Weil morgen gibt uns ganz klar an, dass wir von einer zukünftigen Handlung sprechen. Und das, was wir hier gerade gemacht haben, damit beschäftigt sich eigentlich auch die Zeitenfolge. Die Zeitenfolge beschäftigt sich eben mit zeitlichen Verhältnissen von Handlungen. Und wir haben hier ganz klar gesehen, dass nicht alle Zeitformen sind immer kompatibel. Im Deutschen gibt es zwar auch eine Zeitenfolge, da sind die Regeln aber nicht so streng. Im Italienischen gibt es da prinzipiell schon strengere Regeln, an die wir uns halten müssen. Und das werden wir uns jetzt ansehen. Um herauszufinden, welche Zeitform im Nebensatz stehen muss, muss man das Verb des Hauptsatzes betrachten. Bei der Zeitenfolge sind drei Schritte zu beachten. Erstens, verlangt das Verb des Hauptsatzes den Konjunktiv oder nicht? Das heißt, haben wir im Hauptsatz einen Konjunktivauslöser oder nicht? Zweitens, steht das Verb des Hauptsatzes in einer vergangenen Zeit oder nicht? Vergangene Zeit wäre zum Beispiel passato prossimo, imperfetto, tra passato prossimo und so weiter. Und nicht vergangen wäre logischerweise entweder das Präsente, also das Präsens, oder das Futuro, die Zukunftsform. Und letzter Schritt. Welches Verhältnis besteht zwischen Haupt- und Nebensatz? Haben wir da eine Vorzeitigkeit, eine Gleichzeitigkeit oder eine Nachzeitigkeit? Wir schauen uns jetzt alle drei Schritte im Detail nochmal an. Schritt 1. Verlangt das Verb des Hauptsatzes den Konjunktiv oder nicht? Ich habe euch hier ein paar Beispiele mitgebracht. Versuchen wir mal ein bisschen zu analysieren. Credo que. Verlangt das den Konjunktiv oder nicht? Ja. Credere verlangt den Konjunktiv. Silvia es sichura que. Hier brauchen wir keinen Konjunktiv, weil Silvia ist sich sicher. Das verlangt den Indikativ. Ihr ragazzi dikono que. Auch hier haben wir keinen Konjunktiv, sondern den Indikativ. Und pensiamo que. Das verlangt wieder den Konjunktiv. Das heißt, ihr müsst auch die ganzen Konjunktivauslöser erkennen und beherrschen. Falls ihr die Konjunktivauslöser noch einmal auffrischen wollt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung mein Video zur Einführung in den Konjunktiv. Dort behandle ich die ganzen Konjunktivauslöser. Dann gehen wir weiter zu Schritt Nummer 2. Steht das Verb des Hauptsatzes in einer vergangenen Zeit oder nicht? Zum Beispiel pensavo que. Pensavo ist das Imperfetto, also vergangen. Antonio vuole que. Vuole ist presente, also keine vergangene Zeit. Stefano ha saputo que. A saputo ist passato prossimo, also vergangen. Josue dirá que. Dirá ist das futuro semplice, also nicht vergangen, weil es ist zukünftig. Und nun kommen wir auch schon zum letzten Schritt, nämlich welches zeitliche Verhältnis besteht zwischen Haupt- und Nebensatz? Und dafür ist diese Frage ganz hilfreich. Ist die Handlung des Nebensatzes vor der Handlung des Hauptsatzes passiert? Dann hätten wir Vorzeitigkeit. Ist die Handlung des Nebensatzes gleichzeitig mit der Handlung des Hauptsatzes passiert? Dann haben wir Gleichzeitigkeit. Oder ist die Handlung des Nebensatzes nach der Handlung des Hauptsatzes passiert? Dann haben wir Nachzeitigkeit. Das heißt, wir betrachten beide Sätze, also sowohl Hauptsatz als auch Nebensatz, und fragen uns, wie schaut das zeitliche Verhältnis zwischen diesen beiden Sätzen aus? Ist eben der Nebensatz vorher passiert, gleichzeitig passiert oder nachher passiert? Zum Beispiel, ich hoffe, dass morgen die Sonne scheinen wird. Unser Hauptsatz ist einmal ich hoffe, in blau. Und dass morgen die Sonne scheinen wird, das ist unser Nebensatz in grün. So, und jetzt frage ich mich, dass morgen die Sonne scheinen wird. Ist das vorher passiert, gleichzeitig passiert oder nachher passiert? In dem Fall ist es ganz klar nachzeitig, weil das wird erst passieren. Wir sprechen von morgen. Ich hoffe jetzt gerade, dass morgen schönes Wetter sein wird. Das heißt, dass schönes Wetter sein wird, das ist ja erst morgen, das passiert nachher. Deswegen nachzeitig. Im zweiten Satz haben wir, er hat gesagt, dass er Luca vor einer Woche gesehen hatte. Er hat gesagt, ist unser Hauptsatz, und dass er Luca vor einer Woche gesehen hatte, unser Nebensatz. Wir betrachten wieder den grünen Satzteil und fragen uns, ist er vorher passiert, gleichzeitig passiert oder nachher passiert? In dem Fall ist es vorzeitig, weil die Handlung ist vorher passiert. Das heißt, er hat ihn logischerweise vorher gesehen und dann hat er es erst erzählt. Also vorher, vorzeitig. Und drittens, ich finde, deine Hose ist zu weit. Ich finde ist unser Hauptsatz. Deine Hose ist zu weit. Das ist unser Nebensatz. Und in dem Fall besteht Gleichzeitigkeit, weil man kann sich da auch vorstellen, zwei Personen reden miteinander und die sprechen gerade gleichzeitig miteinander. Ich finde, deine Hose ist zu weit. Das heißt, es passiert gleichzeitig. Also hier seht ihr noch einmal unsere drei Schritte. Die müsst ihr euch wirklich merken. Also in den ersten beiden Schritten betrachten wir das Verb des Hauptsatzes und fragen uns, Konjunktivauslöser oder nicht? Und vergangene Zeit oder nicht? Und im letzten Schritt betrachten wir den Nebensatz und fragen uns, ist er vorher passiert, gleichzeitig passiert oder nachzeitig passiert? Versuchen wir noch einmal ein bisschen zu analysieren. Also erster Schritt, das Verb des Hauptsatzes, so, löst das den Konjunktiv aus oder nicht? In dem Fall kein Konjunktiv. Sapere löst den Konjunktiv nicht aus. Zweiter Schritt, ist so eine vergangene Zeit oder nicht? Nein, so ist keine vergangene Zeit, weil es ist ja das Präsente. Und drittens, der Nebensatz, ist das vorzeitig, gleichzeitig oder nachzeitig? In dem Fall ist es vorzeitig, er ist vor zwei Wochen nach Wien gefahren. Penso ist ein Konjunktivauslöser, also ja, Konjunktiv. Zweitens, Penso ist keine vergangene Zeitform, weil Penso steht im Präsens. Und drittens, der Nebensatz, Alberto sapere Cucaria Tennis. Das hier ist gleichzeitig, weil es ist weder vorzeitig, noch nachzeitig. Ich denke, dass Alberto Tennis spielen kann, das ist einfach eine allgemeingültige Aussage. Deswegen ist das gleichzeitig. Und letzter Beispielsatz. Sono certa che Anna superera le same domani. Also bei sono certa haben wir hier keinen Konjunktiv. Sono certa ist außerdem keine vergangene Zeit. Und Anna superera le same domani ist nachzeitig, weil das domani gibt uns ja auch ganz klar an, dass es nachzeitig ist. Bei diesen Verhältnissen muss man auch immer ein bisschen Ausschau halten nach verschiedenen Wörtern, sowas wie domani oder yeri oder oggi. In diesem Fall, das domani zeigt uns aber ganz klar, dass es nachzeitig ist. Das wird erst passieren. So, und je nachdem, welchen Modus, welche Zeit und welches Verhältnis zwischen Haupt- und Lebenssatz besteht, befinden wir uns in einem der folgenden vier Schemata. Schema A wäre zum Beispiel, dass das Verb im Hauptsatz keinen Konjunktiv verlangt, also indikativ verlangt und im Präsent oder im Futuro steht, das heißt in keiner vergangenen Zeit. Zum Beispiel sono sicuro che. Oder Schema B wäre, das Verb im Hauptsatz verlangt auch keinen Konjunktiv und steht aber in einer vergangenen Zeit. Das wäre zum Beispiel so etwas wie osaputo che. Schema C hätten wir beim Verb im Hauptsatz verlangt den Konjunktiv und steht im Präsent oder im Futuro, zum Beispiel credo che. Und Schema D wäre Verb im Hauptsatz verlangt den Konjunktiv und steht in einer vergangenen Zeit, zum Beispiel pensavo che. Und je nachdem, in welchem Schema wir hier sind, gibt es verschiedene Tabellen. Und die schauen wir uns jetzt an. Wir beginnen mit Schema A. Das heißt, das Verb im Hauptsatz verlangt den Indikativ und steht in der Gegenwart oder Zukunft. Bei einer nachzeitigen Handlung muss der Nebensatz im Futuro semplici stehen, bei einer gleichzeitigen Handlung im Präsente und bei einer vorzeitigen Handlung steht er im Passato prossimo oder im Imperfetto. Die Regeln zur Unterscheidung des Passato prossimo und des Imperfetto kennt ihr ja bereits. Mit einem konkreten Beispiel wird das so aussehen. Das Verb des Hauptsatzes, sono sicuro verlangt keinen Konjunktiv, also verlangt den Indikativ und es steht in der Gegenwart in diesem Fall, weil sono ist eine Form des Präsente. Also sono sicuro che, Carlo partirà dopo, Carlo parte ora und Carlo è partito prima. Ich bin mir sicher, dass nachzeitig Carlo nachher abfahren wird, gleichzeitig, dass Carlo jetzt abfährt und vorzeitig, dass Carlo vorher abgefahren ist. Beim Schema B verlangt das Verb des Hauptsatzes ebenfalls keinen Konjunktiv, sondern wieder den Indikativ und es steht aber diesmal in einer vergangenen Zeit. Bei Nachzeitigkeit haben wir hierbei den konditionale Composto, bei Gleichzeitigkeit das Imperfetto und bei Vorzeitigkeit das Trapassato prossimo. Zum Beispiel, ho saputo che, nachzeitig, Carlo sarebbe partito dopo, gleichzeitig, Carlo partiva allora und vorzeitig, Carlo era partito prima. Bei Schema C verlangt das Verb des Hauptsatzes den Konjunktiv und steht in der Gegenwart oder in der Zukunft. Nachzeitig haben wir hier entweder den Konjunktivo Präsente oder das Futuro Semplici. Gleichzeitig haben wir den Konjunktivo Präsente und vorzeitig haben wir entweder Konjunktivo Passato oder Konjunktivo Imperfetto. Bei Nachzeitig können wir uns das ganz beliebig aussuchen, weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja keinen Konjunktiv Futur, deswegen verwendet man entweder das ganz normale Futuro Semplici oder den Konjunktivo Präsente. Ich würde sagen, das Futuro Semplici betont vielleicht etwas mehr, dass es wirklich in der Zukunft liegt. Und beim Konjunktivo Passato und Konjunktivo Imperfetto gelten wieder dieselben Regeln wie bei der Unterscheidung zwischen Passato prossimo und Imperfetto. Und was euch vielleicht auch hier auffällt ist, dass das Schema C funktioniert eigentlich analog zum Schema A, weil während wir vorher bei der Gleichzeitigkeit ein normales Präsente hatten, haben wir jetzt einen Konjunktiv Präsente. Während wir vorher bei der Vorzeitigkeit zum Beispiel ein Imperfetto hatten, haben wir jetzt einen Konjunktivo Imperfetto und so weiter. Ein konkretes Beispiel wäre, Credo wäre unser Verbe im Hauptsatz, das in der Gegenwart steht und ein Konjunktivauslöser ist. Und dann haben wir nachzeitig, Und das letzte Schema ist Schema D. Hierbei steht das Verb des Hauptsatzes in einer vergangenen Zeit und es verlangt auch wieder den Konjunktiv. Bei Nachzeitigkeit haben wir den konditionale Composto, bei Gleichzeitigkeit haben wir den Konjunktivo Imperfetto und bei Vorzeitigkeit haben wir den Konjunktivo Trapassato. Und auch das Schema D funktioniert eigentlich analog zum Schema B, weil vorher hatten wir bei Gleichzeitigkeit ein normales Imperfetto, jetzt haben wir einen Konjunktivo Imperfetto. Vorher hatten wir bei Vorzeitigkeit ein normales Trapassato Prossimo, jetzt haben wir den Konjunktivo Trapassato. Und der konditionale Composto, der bleibt unverändert. Der war auch bei Schema B schon da. Zum Beispiel Credevo. Credere ist ein Wort, das den Konjunktiv auslöst und Credevo steht im Imperfetto, also in einer vergangenen Zeitform. Credevo che nachzeitig Carlo sarebbe partito dopo, che Carlo partisse ora und che Carlo fosse partito prima. Einen wichtigen Sonderfall, den es noch gibt, ist, dass das Verb des Hauptsatzes im konditionale Semplici steht. Und dann folgt eigentlich immer der Konjunktivo Imperfetto im Nebensatz. Zum Beispiel Vorrei che studiaste i Vokabuli. Also ich möchte, dass er die Vokabeln lernt. Und es gibt noch einen zweiten Sonderfall, den könnt ihr aber meiner Meinung nach jetzt mal vernachlässigen. Und zwar, wenn das Verb des Hauptsatzes im Passato Prossimo steht und die Handlung des Nebensatzes noch immer gültig ist, allgemeingültig ist oder sich erst ereignen wird, dann muss man trotzdem Schema A bzw. C verwenden. Zum Beispiel Ich habe soeben erfahren, dass sie heute Abend nicht zu Hause sein wird. Das heißt, in diesem Fall steht das Verb des Hauptsatzes zwar in einer vergangenen Zeit, nämlich im Passato Prossimo, aber es besteht ein ganz starker Gegenwartsbezug, weil die Handlung des Nebensatzes ist noch gar nicht passiert. Also wir sprechen hier davon, dass er es gerade erst erfahren hat, dass sie eben heute Abend nicht zu Hause sein wird. Und deshalb verwendet man hier dann trotzdem Schema A bzw. C. Aber wie gesagt, mir ist mal wichtig, dass er die anderen Regeln beherrscht. Das hier ist jetzt schon wieder eine Ausnahme oder eine Sonderregelung. Schauen wir uns also noch einmal die Concordanza dei Modi e dei Tempi im Überblick an. Also wir haben eben Schema A und Schema B. Das heißt, das Verb im Hauptsatz löst keinen Konjunktiv aus. Bei Schema A steht es in keiner vergangenen Zeit, bei Schema B steht es in einer vergangenen Zeit. Und da haben wir dann eben folgende Verhältnisse mit dem Nebensatz. Schema C und D, da löst das Verb des Hauptsatzes den Konjunktiv aus. Schema C steht wieder in keiner vergangenen Zeitform und bei Schema D steht es in einer vergangenen Zeitform. Und auch hier haben wir folgende Verhältnisse. Um die Concordanza korrekt anwenden zu können, müsst ihr wirklich diese Tabellen auswendig lernen. Jetzt seid ihr dran. In der ersten Aufgabe sollt ihr erkennen, ob wir hier einen Konjunktivauslöser haben oder nicht. Das heißt, lösen diese Wörter einen Konjunktiv aus oder nicht. In der zweiten Aufgabe geht es darum zu erkennen, ob die Verben des Hauptsatzes in einer vergangenen Zeitform stehen oder nicht. Und in der dritten Aufgabe geht es darum, das Verhältnis zu erkennen. Haben wir hier Vorzeitigkeit, Gleichzeitigkeit oder Nachzeitigkeit. Und in dieser letzten Aufgabe müsst ihr dann schon wirklich die richtige Verbform einsetzen. Das heißt, da müsst ihr dann schon alle drei Schritte anwenden. Falls ihr noch Fragen habt oder etwas unklar ist, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Die Lösungen zu diesen Aufgaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ragazzi!